Musik Mein Vater wollte immer, dass ich Arzt werde, aber mein Vater kann mich mal. Mich hat immer die Wirtschaft gereizt, die Hochhäuser, die Börsen. Der Foxundo-See, südlich des Kristallbergs, ist wegen seiner azurblauen Oberfläche weltbekannt. Jedes Jahr im Juni ist der See Ausgangspunkt für hunderte von Menschen. Musik Das ist der Ort, wo man sich immer zu Hause fühlen darf. Musik Die Stiegelbrauerei hat mit der Stiegelbrauwelt eine weitere Attraktion für Salzburg geschaffen. In der Brauwelt können Sie täglich von 10 bis 17 Uhr alles Wissenswerte und Kurioses rund ums Thema Bier erfahren. Musik 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 Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Bis zum nächsten Mal.